Hallo liebe Freizeitpark- und Achterbahnfans. Es gibt Zeiten, in denen geht es auch hier auf dem Kanal ziemlich lustig zu. Es gibt Zeiten, in denen kann man in unzähligen Freizeitparks weltweit und auch hier in Europa oder in Deutschland Spaß haben. Und es gibt Zeiten, die sind schwer, komisch, noch nie da gewesen und sehr seltsam. So eine Zeit haben wir hier aktuell. Und deswegen möchte ich hier gar nicht über diesen Virus, der aktuell rumgeht, berichten, sondern eigentlich eher mal an die Leute denke, die jetzt hier tagtäglich massiv gute und schwere Arbeit leisten. Damit eingeschlossen, alle Personen im Gesundheitsbereich, alle Personen im Bildungsbereich, auch die Eltern, die aktuell ihre Kinder zu Hause haben, alle Personen in Waregeschäfte, sowohl Lebensmittelware, Drogerien und so weiter, die dafür sorgen, dass die Grundversorgung aufrechterhalten bleibt. Alle Menschen im Dienstleistungssektor, im Transport, sowohl von Waren als auch Personen und alle Gruppen, die jetzt arbeiten und die ich vergessen habe. Dieses Video ist einzig und allein für euch. Danke. Danke für alles. Danke. Ein riesengroßes Dankeschön an alle, die in dieser schweren Zeit so viel für uns tun. Danke. 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 Einfach mal Danke sagen an die Menschen, die gerade alles geben für uns, besonders den Ärzten, den Pflegekräften, Polizei, alles was drumherum gehört. Vielen, vielen Dank. Danke. Hallo von mir und Dankeschön an die Leute, die arbeiten müssen. Danke. Danke. Ein herzliches Dankeschön. Auch ich möchte Danke sagen. Danke an unser Gesundheitswesen. Danke an unsere Grundversorgung, sei es in der Logistik, sei es im Verkauf. Danke an die Leute, die unterwegs sind, die uns mit Grundnahrung versorgen, die schauen, dass unsere Spitäler laufen. Danke vielmals. Danke. 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 Ich möchte einfach Danke sagen. Dankeschön. Dankeschön. Danke. 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 Auch wir möchten Danke sagen. Danke an alle Ärzte, Pfleger, Krankenschwestern, Rettungsdienste, Polizei, Feuerwehr, Ordnungsamt, Gesundheitsamt, an alle die, die in dieser Zeit ganz vorne stehen und versuchen, viele Leben zu retten. Danke. 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 Vielen Dank für euren unermöglichen Einsatz. Danke. 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 Hallo, heute mit SuperEd und Eurosat. Danke, merci, thank you.